Musik In unserem Fall ein herzlich willkommen all unseren Gästen bei dieser kleinen AirPower Daktamodelle nach der Ballone. Applaus Modellflug ist weltweit für viele zum Hobby geworden, aber für einige ist es noch viel mehr, nämlich bei verschiedenen Bewerben die Kunst des Fliegens mit der Fernsteuerung zu beweisen, ja sogar Weltmeisterschaften werden ausgetragen. Tag der Modelle nach der Ballone im Bokandamur war der Slogan und zu Recht war es ein Erlebnistag für die ganze Familie, denn auch die Kinder und Jugendlichen waren voll mit Begeisterung dabei. Es wird mit einem Bannerflug einmal eröffnet, die ganze Show, das ganze Event und danach finden Modellflugvorführungen statt bis zum Drohnenflug, Hubschrauberkunstflug und natürlich auch die manntragende Szene wird dann auch in Erscheinung treten. Es werden Überflüge stattfinden von Kappenberger, von der White Wings Formation, von einer alten Brücker Jungmann, also ein Doppeldecker und zum Schluss ein Höhepunkt auch noch für die Überflüge, die Red Bull Rotter Wings Formation werden kommen. Und zwar werden die Überflüge machen mit Musik natürlich auch etwas untermalt und zum Schluss werden dann noch die Ballone hier aufgeblasen und die werden nach der Musik dann in den Abend tanzen. Für den musikalischen Schwung zwischendurch sorgt die Gruppe Einfach Stark. Ja hallo, ich bin von der Gruppe Einfach Stark und zwar das sind meine Mitleute und freut mich sehr, dass wir da heute spielen dürfen und zwar, wenn ich kurz vorstellen darf, das ist der Herbert, der Herbert aus Maßenberg, das ist mein Sohn, mein Sonnemann, ja, wird sicher cool werden und heute geben wir so richtig Gas. Das ist mein Sohn, mein Sohn, mein Sohn, mein Sohn, mein Sohn. Das ist mein Sohn, mein Sohn. Das ist mein Sohn, mein Sohn, mein Sohn. Das ist mein Sohn, mein Sohn. Das ist mein Sohn, mein Sohn, mein Sohn, mein Sohn, mein Sohn. Das ist mein Sohn, 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 mein Sohn Wir sind hier für die Assistenz, also wir helfen so den Veranstaltern, wenn sie irgendwas brauchen, bringen wir die Sachen halt. Genau, wir helfen beim Herbert, bei der Regie, Moderation, genau, also eigentlich Mädchen für alles. Ich bin der Lukas Stern von Frutura und ich darf heute dabei sein, weil wir da mit dem Bio-Bien-Abfall-Projekt vertreten waren, mit den Bienendrohnen. Genau, und zum Projekt kurz, das Bio-Bien-Abfall-Projekt ist ein einzigartiges Gesellschaftsprojekt, wo jeder mitmachen kann. Und Sinn ist, dass von jeder Altersklasse, egal ob Balkon oder Wiesenfläche, jeder kann Wiesen für Wildbienen schaffen. Und wie man da mitmachen kann, kann man anschauen auf bio-bien-abfall.com. Und vorher haben wir gesehen, die Wiener sind auch geflogen und es hat gut zum Thema passt und ich glaube, das passt auch gut zur Veranstaltung, zu den Modellfliegern. Das ist eine super Veranstaltung, ein kleiner Vorgeschmack im Modellflug für die Air-Bauer, die in der Nähe stattfinden wird. Und ich gratuliere den Veranstaltern und den vielen Piloten, die sich hier vorzeigen. Das ist tolle Akrobatik, tolles Flugschau und ich danke dem Team, Hans Sieber und Gergastmann. Die haben das wieder toll organisiert, das Wetter passt natürlich auch. Eine tolle Veranstaltung, ich bin sehr froh, dass hier das gezeigt werden kann. Also sie fliegen bis zu 200 kmh und haben eine Beschleunigung von 0 auf 100 in ca. 0,5 Sekunden. Die sind einmal grundsätzlich komplett selber gebaut, also die kriegt man so nett zum Kaufen. Die Einzelteile werden gekauft, der Rest ist alles selber zusammengestellt, zusammengelegt, zusammenprogrammiert. Und wir fliegen damit Parcours und Rennen. Da gibt es mittlerweile schon Weltmeisterschaften, dann gibt es die Drone Champions League. Und ganz viele andere Wettbewerbe, auch in Österreich haben wir eine Serie, wo eben unser Verein, die FPV-Crew Steiermark, sehr stark vertreten ist auch. Meine Damen und Herren, der Auftakt eines neuen Wettbewerbes, das Calories hier in Bruckhatermoor. Und hier sind Sie meine Damen und Herren, die Lottomolini. Jettek classicinnen. Raid! War 22. War 22 totales. Garntzessin. War 22. 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 War 23. War 22. War 23. War 23. War 23. Sparnam. War 41. Ja, Helmut Böttler, Regierender Staatsmeister im Heißlauf-Ballon-Fahren. Wir dürfen heute in Bruck an der Mur eine schöne Nacht der Ballone veranstalten. Wir werden, wenn es dunkel wird, die Ballone aufstellen und die Ballone werden in der Nacht gut leuchten. Wir haben ein paar schöne Musikstücke dazu herausgesucht und werden versuchen im Takt zu heizen, dass man einen schönen Augenstrauß, ein schönes Erlebnis für die Kommission verzeugt. Wir werden, wir werden, wir werden, wir werden. Wir werden, 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 wir Untertitelung des ZDF für funk, 2017